Äh, hier noch einer. So, das ist 3 bis 5. 5 Eis, äh... 7 bis 9, macht doch kein Eis. Ja, dann tauschen wir doch mal aus hier. Wenn ich das Bett benutze, ich will jetzt mal schlafen. Ach, das ist wie diesen Betten. Ah, wer ist noch einer? Stirb! Wo auch. Und was hast du getoppt? Apple. Apple, da muss ich mir einen Haufen Geld bezahlen, um ich den mitnehmen kann, ne? Gut. Wo heilige Stände möchte ich auch mitnehmen, ähm... dieses Haste. Ich hab noch hier irgendwo Haste. Bin das denn hier? Okay, das bringt schon... Irgendwie wollte ich mit dem Apfelmechern gehen. Okay, das ist schon recht schnell. Ich hab hier gar nichts gemacht. Ich korrigiere, es hat sehr wohl was gemacht. Ich war nur zu schnell wieder runter, wie es aussieht. Okay, kann ich jetzt aufhören zu brennen? Danke. Hier könnte vielleicht das Wasser helfen. Jetzt hatte ich nur kein Wasser. Und... Siegel... Oh, ale... Und... Oh, wow. So... So kann man diese Sachen nicht einfach stapeln. Jetzt hab ich hier noch mal einen Haufen Ale stehen und Äpfel. Könnte man Apfel essen. Und... So... Das ist der Punkt. Gut, was... Ich war auch noch schon überall. Kann man nicht sein. Ja, gut. Jetzt muss ich mal sortieren. Also... Hey, das ist mir geil. Ähm... Aber... Wahrscheinlich so bedingt nützlich so. Ich weiß ja, ob ich das beim Boss benutzen kann. Man rennt halt auch sehr schnell irgendwo rein und... So... Wo war jetzt diese andere Stelle noch? Ich hab's vergessen. Und Leviates benutzen wollte. Das ist eine exzellente Frage. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaub, die war da unten. Ne, die war nicht hier unten. Scheiß. Ja, kacke. Warte... Irgendwo... Wo hat denn das? Jetzt gleich machen sollen. Sollte mal ne vernünftige Waffe rausziehen. Für den Fall der Fälle. So... Woran geht's denn hier nicht? Ironsort. So... Ich muss hier aussortieren. Wie soll ich das hier noch bogen? In dem weiß ich ja gar nichts. Und ich hab sogar noch einen Platz frei, sehe ich gerade. Dann nehm ich das hier mit. Und dann... Jetzt da hoch. Wie nehm ich den ganzen Ale mit? Der Ale halt voll, ne? Oder was heißt voll? Sehr viel auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Die liegen lassen. Hm... Ich möchte mal auch ein paar Bomben, die ich mal mitnehmen. Kann man beim Boss wieder rausgehen? Dann hab ich das schon probiert. Zwei Plätze brauche ich jetzt. Okay, das ist eh noch so ein scheiß Bäcker. Äh... 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 Ich möchte nicht wieder mitnehmen. Ne, ich könnte auch so einfach wegslafen, ne? Machen wir schon mal einen Platz frei? Äh... Item Management, äh... Was haben wir dann noch so für Potions? Das ist... Das ist... Das ist... Ich könnte mal die Portion. Aber die muss ich eh noch durchprobieren. Okay. Grün vergiftet mich. Oh! Blau halt mich voll. Sehr gut. Und gelb halt mich von allem unterhalten. Sehr gut, dass ich den jetzt getrunken habe. Weil die Tränke, die variieren ja immer mal wieder, oder? Oder die Tränke haben immer wieder variiert, ne? Doch, den Dark Code. Oh, wow. Hier halt alles. Ja, geil. Gut, dass wir das jetzt alles benutzt haben. Mal eine sehr gute Sache. So, mal den Alien hier austauschen. Gut, haben wir schon mal richtig viel Heilzeug weggeballert, um herauszufinden, was das Zeug macht. Was mir übrigens Sorgen war, ist, dass die Red Potion... Ich hatte Red Potion. Ne, ich hatte die Purple Potion. Ne, Red Potion hatte ich auch. Das hat... Was war das? Magic Shield oder sowas? Hm. Hallo, Mll. So, ich... Moment lang kann es gar nicht die Bombe treffen, aber ne. Ich hab... Erfolgreich daneben geschlagen. Bist du ein Magier, oder...? Ah, nein. Ihr seid... Ihr seid ihr Händler. Ja... Hier kommen ja immer Händler. Richtig. Hier kommen jetzt schon... Shop... Äh... Äh... Ja, äh... Niemand konnte hier nichts verkaufen. Okay, gut. Ich hab auch nichts zu verkaufen dabei. Äh... Pack Expansion, oder...? Das ist... Welt Expansion. Ah, volle Größe. Geil. Äh... Die Bombe kommt hier gleich mal weg. Ich bin ja nicht völlig bescheuert, äh... Äh... Ich hab noch Back Expansions für 1.108 München. Soll ich den die jetzt hernehmen? Äh... Ich möchte keine Bowl. Weg damit. So, geht's hier zum Bonus-Ding. End is a Pit. Pit war das Bonus-Ding, ne? Ich glaube, ja. So, hallo. War hier jemand, oder...? Ja. Oh, wow. Slow ist schon ziemlich... Slow. Das ist 14. Ist nur nicht tot. Kann's nicht jetzt sein. Äh... Ist tot, okay. Ah... Der Decker ist nur so minimal langsam. Und noch mehr, ey. Der Decker ist kein Decker. Das ist ein Iron Sword. Das erklärt die Langsamheit. Und die Tatsache, dass sie slow rumliegt. Nein. falsche Richtung. Mach halt deutlich mehr. Auch Fleisch. Nehmen wir das Fleisch dieses Zombies mit. Ich sehe da jetzt gar kein Problem. Bei Zombie-Apokalypse einfach das Fleisch von Zombies essen. Äh... Hallo? Ich werde schließlich infiziert, wenn man von denen gebissen wird und nicht, wenn man sie beißt. Stimmt. So, das sind keine Augen. Das sind einfach nur irgendwelches leuchtendes Gesteinzeug. Das Siegel ist revealed. Was? Was? Ich bin doch nur... Was? Was? Wie habe ich das denn jetzt revealed? Ich habe doch nur Dinge kaputtgeschlagen. Okay. Was auch immer. Boah. Das ist die Angstgeschicke von dem Ding. Das ist schon so ein bisschen kacke, ne? So minimal doch schon ziemlich. Wird ich kaputt schlagen? Nein. Ich gucke sie leider nach oben. Vielleicht nehme ich eine Waffe, die so ein bisschen schneller ist. Vielleicht nehme ich eine Waffe, die so ein bisschen schneller ist. Soll ich das die Maze? Gucken wir mal. Bist du schneller? Auch nicht so wirklich. So, wir wechseln wieder auf das... Wechsel wieder auf... Also habe ich... Mh... 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 Speed möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. So, es kommen doch gleich die ganzen Spinnen, oder? Oh, ja. Oh, ja. Da kommen sie. Muss ich am Eingang aufhalten. Diese Zahl bedeutungslos, weil sie immer nur eine nach dem anderen kommen können. War doch easy. Oh, Gold. Dark Potion war gut, ne? Was hat... Ich hab's nicht... Wow. Ich sollte mir in Zukunft aufnehmen. Nee, Dark Potion hat mich vergiftet. Dark Potion hat... Mal Dark Potion überhaupt. Warte. Steht halt immer noch nicht dabei. Pearl Potion war scheiße. Red Potion konnte ich mitnehmen. Davon habe hier auch welche. 5 AC. Was ist das jetzt? Das sind... Das... Ne, das ist eine Rüstung. 5 AC. Hab ich schon besseres? Hab ich auch schon besseres? Uh... Uh... Das ist ein schöner. Den möchten wir doch auf jeden Fall mitnehmen. Ich hab keinen Raum dafür. Black Potion hat mich, glaube ich, vergiftet, ne? Die Green Potion hat mich vergiftet. Fuck. Ich hab's mir nicht gemeint. Also die Goldene Potion hat komplett restored. Und Dark Potion war auch schlecht, glaube ich, ne? Gold Potion hat mich restored. Blue Potion auch. Und Dark Potion... Will ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich sollte mir in Zukunft merken, was die Dinger machen. Was hab ich jetzt wieder aufgefammelt? Mehr Red Potions, oder was? Ja. Haste. Na ja. Haste möchte ich nicht. Bright Potion. Was macht denn... Was macht denn die... Ich nehme mal so rein. Was machst du denn? Iron Screen, okay. Ich glaub zumindest, dass ich das in jedem Durchlauf ändert, also... Bei haste ist schon cool, aber... Ich hab da noch Brot. Ich hab nicht genug Platz in dem Kackspiel. Dabei hab ich schon ewig mal aufgerüstet alles. Äh... Was ist... Mit Schand. Hab ich das... Okay. Ich weiß immer noch nicht, was es macht. War das nicht irgendwas? Verzau... Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich total geil. Ich hab's jetzt einfach mal verschwindet. Musste Platz machen für Brot. Für Brot, Leute. Da muss man auch schon mal bereit sein, Opfer zu bringen. Können hier auch Gegner auftauchen? Also wenn ich jetzt... Vielleicht... Ich hab natürlich keinen hier, der Ahnung im Spiel hat. Könnte mir das jemand sagen. Das kostet immer noch ganz viel... Äh... Das sind gut 800 mehr, als ich habe. Ja, ihr könnt auch Gegner auftauchen. Hab aber auch kein Glück jetzt. Oder... Ich hab schon Glück, weil Gegner bringen auch Angstpunkte. Und das sind... ...Level Aufstiegs, die ich brauchen kann. Ob mein Speed braucht kein Mensch. Gib mir mal mehr Power hier. Gib mir mal Power, Junge. Power. 8, 12 Damage. Ah, nee. Nee, nee. Das muss mal gut sein. Lass das mal gut sein. Ah. So, was war das noch? Iron Maze, Defense, Minus 3. Ja, du Bombe. Nee, überhaupt nicht. Iron Fane... Nee, nee. Aber warte mal kurz. Lass uns kurz das da weg. Dann lesen wir mal die Note. Von behind you. Word from the top is said, the man of work exists to make up for lost time. You can tell them I don't want them to hear from me. Hab ich... Ich glaube, ich hab die doch noch nicht alle gelesen. Hab ich die mal irgendwann? Ich weiß es. Ah. Fuck, jo. Darf ich den mal treffen? Danke. Uff. So, hört man das Gift auf, bitte. Danke. Iron Sport hatte ich keinen Raum für. Ah, das war die falsche Waffe. Das ist schon wieder die falsche Waffe. Eins, zwei. Slow motion. Ich muss so ein Arrow mit. Fick dir doch eine Dungelfledermaus. Das ist wie jetzt. Hm. Was ist das mit einem Schlitz-Rolle? Was ist das? Nein, check-in. Wäre beim Boss wahrscheinlich auch ganz geil. Na toll, jetzt ist da hinten mein Pfeil. Geil. Weil ich glaube, kann ich nochmal raus hier? Ja, ich kann immer wieder rauf. Ich kann nicht mehr ganz raus, aber ich kann wieder rauf. Soll ich halt mal ausnutzen? Ah, ja. Da hinten ist... Was ist das? Soll ich nicht springen kann, sonst könnte ich mich jetzt wahrscheinlich rausglitschen. Wo kann man sich hier rausglitschen? Moment, was? Also... Ja. Das ist ein Schwert. Gibt hier gerade Wege? Aber da komme ich nicht langweilig, weil da die Dingspunkts-Wägen im Weg sind. Das ist eine Fledermaus mal. Schwierig. so einmal dies ich habe daneben geschlagen ok der eine hat selbstmod begangen indem er runter gesprungen ist ich nehme an dass ich oder ich nehme an dass das selbstmod ist wenn ich hätte ich jetzt keine erfahrungspunkte bekommen wenn wir dann noch unten noch lebt was ich weiß ich würde zum spiel zutrauen das ist halt gegner überleben lässt und davon das war und das auch immer getroppt hätte bekomme ich jetzt auf jeden fall nicht ich könnte vielleicht mal gucken wo er das spiel speichert wirst du meinen bus raus kopieren dann muss ich halt nicht immer wieder alles machen sondern ich muss einfach wieder hey käse ich habe keinen platz für käse für einen guten käse ist doch immer platz weil man vergiftbar ist und mal etwas essen muss